ich freue mich immer ganz besonders auf den moment wo mir ein neues produkt vorstellen können von der firma frank at in diesem sinne darf ich euch herzlich begrüßen für einen neuen geplanten frank für den mg4 ich öffne jetzt gleich einmal die kofferraumhaube dass ihr seht wir in groben zügen aussieht ja wie ihr sehen könnt ist der frank schon relativ geräumig für das doch eher kleine auto im mittelsegment wenn man die abmessungen jetzt kurz ansehen haben wir in der breite 83 cm nach hinten 49 cm und tief ist er je nach gegebenheiten wir wollten den platz wieder bestmöglich ausnutzen zwischen 15 cm und eben dementsprechend etwas weniger hinten sind nur mehr 3 4 5 cm ich gebe jetzt mal das lade equipment das wir momentan so reingelegt haben raus hebt den frank raus wie immer bei unseren produktvorstellungen handelt es sich momentan um einen absoluten prototypen im 3d druckverfahren das ist so die erste stufe der produktentwicklung es wird jetzt wieder einiges verbessert der platz noch etwas besser hier diese grau eingezeichneten schattierungen noch etwas besser ausgenutzt wieder ein 3d druck gemacht und irgendwann sind wir dann so weit dass alles genau passt dann können wir eine werkzeug ein werkzeug anfertigen und dann geht es in die serienproduktion ja wenn ihr unsere produkte schon ein wenig verfolgt habt legen wir immer absolutes schwergewicht darauf dass die produkte total einfach einzusetzen sind und auch wieder total einfach auszubauen sind das ist so ein grundsatz von uns und das wird uns beim mg4 aus jetziger sicht auch wieder sehr gut gelingen ok das war schon in groben zügen für die kurze produktvorstellung aus der erfahrung heraus wird es wieder etwa sechs monate dauern bis wir wirklich in serie gehen können hängt immer davon ab wie sind die einzelnen firmen ausgelastet und ob wir technisch noch irgendwelche rückschlüsse rückschläge erleiden aber beim mg4 schaut schon ganz gut aus ok das war es dann auch schon von meiner seite wenn es euch interessiert bleibt dran abonniert vielleicht den kanal bis zum nächsten video wir halten auch euch am laufenden euer josef von der firma frank.at bis zum nächsten video